Hallo hier, ich bin's, euer Krümelmonster. Heute werde ich euch erklären, was eine Überraschung ist. Ja, ja. Eine Überraschung ist immer etwas Unerwartetes. Zum Beispiel, seht mal hier, seht ihr? Hier habe ich einen riesengroßen Teller voll leckerer Kekse. Kekse, aber ich liebe Kekse. Oh, das ist keine Überraschung, sagt ihr. Dann passt jetzt mal gut auf. Ich werde die Kekse nicht essen. Ich werde die Kekse nicht essen. Ich werde das Mal verніere. Ich werde das Mal beinbringen. Ich habe heute ziemlich große Lust zu zählen und deshalb werde ich erstmal alles zählen, was ich finde. Ich fange am besten an mit dieser löschen King Shuttle. Das wäre erstmal eine King Shuttle. Das wäre erstmal eine King Shuttle. Der darf den Baumhäden herrschen, wenn es für ein neues Leben geht. Ich glaube, du kannst dir kleben, oder? Hallo ihr, ich bin zu eurer Rümmelmanns-Nachbeute. Der soll zu kehren, was eine Überraschung ist. Eine Überraschung ist immer etwas unerwartet. Zum Beispiel, seht man hier, seht ihr, hier. Eine Überraschung, was? Als erst, erzähle ich euch was über. Schnell, ich esse nicht nichts. Schnell. Ach so. So, das war schnell und auch noch ausgesprochen lecker. So, das war's. So, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020